Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Es ist wirklich geisteskrank, was wir da von Octagon für einen Banger bekommen haben, Freunde. Christian Eckerlin wurde oftmals viel kritisiert und die Leute haben in Frage gestellt, ob er denn gute Gegner kämpft. Aber wir haben ja auf der anderen Seite auch bei dem letzten Octagon Event gesehen, dass Palai Logos, welcher Jungwirt besiegt hatte, auf der anderen Seite von Christian Eckerlin besiegt wurde. Und das spricht ja auch für das Level von Christian Eckerlin, der sich ja auch international schon vielen Leuten gestellt hat. Und dieser Gegner jetzt ist wirklich ein Gegner, wo alle Zweifler, alle Kritiker nichts mehr dazu sagen können. Denn der neue Gegner von Christian Eckerlin für den 18.11. in Köln vor 20.000 Zuschauern in der Lanxess Arena wird niemand anderes sein als Leandro Silva, auch genannt Apollo. Apollo ist ein herausragender Fighter, welcher in seinen 39 Profikämpfen noch nicht einmal gefinisht wurde. Zuletzt haben ihn sehr viele von euch gesehen in Frankfurt, als er ja gegen Mohamed Grabinski gekämpft hat, welcher auch international schon bei Brave sehr viele gute Kämpfe geliefert hat. Für Apollo hat es leider nicht gereicht und auf der anderen Seite hat Silva sich mit Mohamed Grabinski einen weiteren Sieg einfahren können. Darüber hinaus hat er auch schon gegen Bojan Velichkovic gewonnen gehabt, welcher jetzt im Finale von Game Changer Tippspot Turnier bei Octagon steht. Also der Mann hat einige herausragende Siege in seinem Rekord zu verzeichnen. Darüber hinaus hat er auch schon mal über einen längeren Zeitraum in der UFC gekämpft, Freunde, und hat dort auch keinen schlechten Rekord, denn dort steht er 3 zu 4 und ein No Contest. Und hat dort auch gegen sehr gute Leute gekämpft, hat erfahrungsgemäß einfach Christian Eckerlin gegenüber so einen herausragenden Vorteil, dass viele Silva auch hier bei diesem Matchup als klaren Favoriten sehen. Ich sehe aber Christian Eckerlin als Mann, der sich hier einer enormen Challenge stellt. Und wirklich, da kann keiner was sagen, Hut ab, dass Christian Eckerlin diesen Kampf gegen Leandro Silva angenommen hat und sich so einer enormen Challenge stellt. Leandro Silva ist physisch extrem stark, ist ein super Allrounder, extrem stark am Boden. Und natürlich auch, wie schon gesagt, ein Brasilianer, die sind natürlich bekannt für deren Groundgame, für das BJJ. Und ich denke, das wird ein schwieriges Matchup. Wir müssen natürlich aber alle für Christian Eckerlin rooten und feuern ihn an. Schreibt mir eure Prognose für dieses enorme Matchup in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Bis zum nächsten Mal, hier bei No Time MMA. Bis zum nächsten Mal, hier bei No Time MMA.